hallo meine lieben ich bin wieder eure und heute meine andere aussicht oder jetzt meine andere aussicht ich habe mit meiner freundin ein video gedreht also nein ich habe mit meiner freundin ein challenge gemacht so hatten wir beide 10 euro und haben uns was gekauft und sie hat auch ein youtube kanal könnt ihr gerne folgen und weiß sie mal crazy world und wenn ihr da wenn ihr da folgt dann seht ihr das ist ich ihr gekauft habe und sagen lasst uns beginnen nämlich hier in der tüte hat noch nicht reingeguckt und die sachen die sie mir gekauft wird mal sagen ich mache das so ich ziehe eine sache zeigt euch das und so weiter okay dann würde ich mal sagen das geht jetzt hier jetzt hier eine sache so dann nehme ich mir jetzt mal eins schon aufgemacht hier dann geht es weiter das ist eine maske das riecht aber cool leute wenn ihr das nur riechen könnte dann mache ich auch schon freude das ist auch ich weiß nicht ich habe keine ahnung das ist also sowas ähnliches denke ich mal ja das aus genau und nächstes let's go und jetzt sehe ich jetzt das nächste ein deo ist es glaube ich ja das riecht eigentlich voll okay schön dann sehe ich mal das nächste ein paar haargummis die kann ich auch immer gut gebrauchen was soll man dazu noch viel sagen oder greife ich mir gerade mehrere das sind auch masken die laufmasken glaube ich weiß nicht aber sie hat davon ja mehrere gekauft hier glaube sie weiß dass ich gerne schleim mache das ist gar nicht mal so schlecht denn damit kann ich ein schleim video machen das mache ich auch gar nicht mal ist gar nicht mal verkehrt ne ja das ist noch eine sache drin und zwar glaube ich auch ja richtig es riecht auch also jetzt zeige ich noch mal alles einmal einzeln noch mal die vier bilder machen dann gab es ein shampoo kaugummi so was wie salz also badesalz dann zwei deos einmal das und einmal das dann noch eine maske glaube ich ist das ja und noch haargummis genau dann pack jetzt trotzdem ja alles rein und dann sehen wir uns wieder hier ist es jetzt alles drin und ich drehe mich jetzt dann würde ich auch mal sagen das war es mit dem video wenn euch das video gefallen lasst doch gerne einen daumen nach oben da wenn ihr noch mehr challenge mit meiner freundin wollt schreibt mir auch hier unter in die kommentare da unten gerne video ideen und ich mache auf jeden fall mit dem peel off masken ein video zu schleimen genau mit sachen die nicht teuer sind ja dann wenn ihr keine videos mehr verpassen wollt würde ich mich über ein abo freuen und damit ihr kein video mehr verpasst glöcke aktivieren ding ding darüber würde ich mich freuen gut dann würde ich immer sagen tschüss und bis dahin ihr lieben bis zum nächsten video wahrscheinlich ist das morgen morgen vielleicht beim reiten mal schauen bis dahin ihr lieben tschau 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 tschau